Herzlich Willkommen bei Benefiziert. Heute werden wir 15 Sticker-Tüftchen aufmachen. Vertrehen wir die Aktion. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Disney für 100 Jahre. Das muss man erstmal hinkriegen. Wir gucken jetzt rein. Wir sind gespannt, was wir drin haben. Eine Heilskönigin. Neuverfüllt. Dumbo und Ariel. Ihr seht schon, wir haben hier immer 3 normale Sticker. Und einen 100 Jahre Sticker. vor allem. Und auch vor allem für den Fisch. Bei den alten Fisch. natürlich mit Bambi, die Eiskönigin. Und ich habe die hier vergessen. Oh nein, Struppi nehmen die. Achtung, Schreck. Ich habe es vergessen. Schreibt es in die Kommentare. Susi und Strollchen, Susi und Strollchen. Jetzt merken wir. Ist ja auch schon später in der Nacht. Und was öffnen wir jetzt? Sollte ich das sein? Ja, mein Eno. Ja, die Treffel ist dicker. Von Winnie-Pooh. Ja, war dicker. Oh, ich habe nicht gehört. Nicht überall sind die Hunde anders dran gestimmt. Hier ist Nemo. sehr gut. Sehr gut. Was haben wir ja? Wo die Eiskönigin und all die. Ja, sehr, sehr gut. aus dem Schneewittchen und der süße Stern, der Wünschen füllen kann. Sehr, sehr süß. Weiter geht's. So interessant mit dieser Pappe, guck ich mir vor, als würde ich beim Losladen solche Luft aufreißen und hoffen, dass ich jetzt drin habe. Immer wieder von Wünschen. Oh, die Wünschen hätte ich auch noch nicht. Oh, die Eiskönigin und das Dumbo. Was ist euer Lieblings-Skino-Film? Achso, von Disney. Ganz klar Königster Löw. Deswegen hoffe ich, wir kriegen hier auch mal was von Königster Löw. Und hier haben wir wieder so'n Holo-Sticker. Olaf, ja. Grüße gehen raus an Olaf, der keine Umarmungen mag. Und das für Freunde Mädchen. Für Lilo und Stitch. Oh, Cinderella. Für Papi. Für Papi. Numa finale. Dann Wokely. Also dass du kommst. Au Nihain, eine Inviting. Dann haben wir nochmal hier noch so einen Sticker von Ariel und außerdem Ariel und Susi und strahlt im Herzen. Sehr bezaubernd. Wenn das mal dich liebt ist, Peter Pan und voll verwöhnt. Und Eiei, was ist denn jetzt passiert? Ein 100er Sticker, der klebt. Achso, ihr dürft jetzt abstimmen. Soll ich eigentlich mein Gesicht irgendwie hier noch hinmachen? Will das andere Kamera von mir sehen? Ja oder nein? Jetzt abstimmen. Hier, wir kommen zu Bambi. Wieder verwöhnt. Oh, Bambi in 100. Und Ariel. Hier. Ah, aber die. Hei, hei, hei. Wieder so einen Riffel. Und hier klebt sie. und 2, um. Eing Doppelpack. Ja, ich weiß nicht, ob ich die anderen Seite habe. und Genie. Ja, das passt. Die letzten beiden. Was ich bei den Stickern natürlich sehr schade finde, ist, dass man am Ende spielen kann. Sammeln tauschen ja, aber spielen immer nicht. Das finde ich macht es am meisten auch. Disney Logana kann man ja spielen. Würdet ihr euch dazu ein paar Videos wünschen, dann könnt ihr jetzt abstimmen. Aber natürlich nur, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid. Und das letzte Buchstoi. Komm, wir haben jetzt was. Komm bitte was von Königstalle. Jetzt. Komm. Zum Schluss noch. Nein, schade. Schade. Aber auch ein Picky-Mower-Style. Sehr, sehr gut. Schade. Möchtet ihr weitere solche Videos sehen? Dann lasst ihn doch nach oben da. Ansonsten sage ich. Gute Nacht. Du. ... sait ihr vielleicht da?